Was kostet es eigentlich einen 24-7 Automaten-Kiosk zu eröffnen? Heute bin ich in Stuttgarts erstem Automaten-Kiosk, Lage perfekt gegenüber direkt Straßenbahnhalte stelle, hauptbefahrene Straße mit über hunderttausenden von Autos jeden Tag, ein Getränkeautomat ist da, ein Automat mit Inzigaretten, Knabberzeug und Süßem, noch ein Automat mit Shisha-Zubehör und Duslöschern und ein weiterer Automat mit Tütensuppen und Snacks und eine Kaffeemaschine, die nicht fehlen darf. Dann hast du hinten natürlich Lager, den du dringend benötigst, um natürlich die Automaten je Tag aufzufüllen. Miete kostet hier 1200 Euro im Monat. Die Automaten, wenn du sie so kaufen würdest, jeweils zwischen 25.000 bis 30.000, sind aber finanziert, kosten monatlich insgesamt 1600 Euro. Pro Automat, pro Tag, würde ca. 200 Euro Umsatz gemacht. Dann aber Versicherung pro Automat pro Monat mit 100 Euro. Abzüglich aller Kosten und sogar wenn du jetzt mit dem Spitzensteuersatz von 50% ausgehen würdest, würden dir hier locker über 10.000 Euro monatlich hängen bleiben.